hallo hallo qualität on point das ist wald im haus ich muss mich gerade erst mal anfreunden mit dem equipment und mit der sachlage muss ich auch anfreunden es gibt ja solche ich habe hier so ein kamera gimbal falls euch aufgefallen ist falls ihr euch gedacht wie kann sie nur so unfassbar gerade die das handy halten so langsam geht's wald content ich habe keine ahnung wo ich jetzt hier gerade bin wahrscheinlich bin ich am ende des streams komplett verirrt aber ich komme schon zurecht ich werde überleben das leckt das leckt kann natürlich hier das ding muss ein bisschen weiter runter stellen machen wir die bitrate ein bisschen niedriger was ist denn hier los aus dem bildschirm nicht mehr raus was ist das bald geht es hier richtig los welcome to seven on the wild absolute stille absolut krass jetzt drückt gleich den knopf leckt es schon wieder oh nein ja das ist das beste netz selbst im wald kann man hier noch stream wisst ihr was ich gehe vielleicht einfach im wald entlang wie wäre es damit das habe ich euch ja vorher gesagt dass ich das machen wollte wie ist es jetzt jetzt bin ich auf 540 pixel jetzt bitte bitte leute ich habe auch gesagt dass ich den wald spaziergang machen wollte und dann hat der jürgen von notou gesagt